Hi und herzlich willkommen zu Part 59, unseres Recht und Unrecht Let's Plays mit Mara und Moritz. Ihr Lieben, es ist nicht mehr lange mit Mara und Moritz, denn so langsam aber sicher schreiten wir in die nächste Generation. Ja, Felicity ist erst ein Kind, aber wenn sie Teenagerin wird, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir so langsam aber sicher den ersten Part ihrer eigenen Geschichte haben. Und auch da dürft ihr mir sehr gerne wieder Vorschläge für Namen des Let's Plays in die Kommentare schreiben. Denn Recht und Unrecht ist ja auch mit euch zusammen entstanden und ich glaube, es ist cool, wenn wir auch hier wieder ein paar Vorschläge sammeln. Das heißt nicht, dass ich direkt den Namen festsetze, aber da können wir schon mal ein bisschen brainstormen. Also es geht ja darum, dass wir in die Polizeikarriere gehen. Das heißt vielleicht sowas wie Räuber und Verbrecher oder, ihr müsst direkt an dieses Lied der Pfefferkörner, glaube ich, ist das, denken. Oder, oder, weiß ich nicht. Mir fällt, wie gesagt, jetzt gerade nicht so viel ein. Vor allen Dingen, weil mir erst vor zwei Minuten aufgefallen ist, dass wir bald ins neue Let's Plays starten. Dürft mir gerne ein paar Vorschläge machen, vielleicht passt da direkt was sehr gut. Ihr müsst euch das immer in einer Symbiose mit dem Namen von Felicity vorstellen. Das heißt, ich sage ja, hi und herzlich willkommen zu Part bla 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 unserer Challenge mit der lieben Felicity. Oh Gott, das ist jetzt schon kompliziert, ne? Ha, naja, aber dass es da irgendwie gut so passt, wäre natürlich klasse. Im letzten Part hatten wir eine Party, die ein bisschen aus dem Ruder geraten ist. Denn Florian hat sich nicht so ganz in die Regeln von Mama gehalten. Die drei Jungs sind viel zu lange auf dieser Party geblieben. Caroline ist inzwischen abgeholt worden von ihrer Mom und die Jungs warten auch gerade, dass sie abgeholt werden. Claire hat gemeint, dass die Jungs nicht mit ihr mitfahren, weil nämlich Mara schon auf dem Weg ist. Und ja, Claire hat Mara praktisch die Standpauke für ihre Jungs nicht vorenthalten wollen. Deswegen holt Mara die Jungs jetzt ab. Mit dem Auto ist es auch nicht eine Stunde, wie ich gesagt hatte im letzten Part, weil die Jungs mussten mit dem Bus fahren. Das ist natürlich schon länger. Aber mit dem Auto geht es schon relativ schnell. Was habe ich noch vor in diesem Part? Oh, wir werden jetzt die Kinderzimmer für die Jungs mal umstylen, weil die sind ja jetzt Teenager. Die brauchen ein neues Zimmer. Und dann werden wir noch was sehr Spannendes mit Florian machen. Denn wie wir alle wissen, ist er ja ein Wolf. Und ich möchte die Geschichte langsam anheizen mit ihm. Es wird auch so sein, dass wir uns nur noch so zwei, drei Parts sehr stark um die Hilligas-Familie kümmern. Und so langsam aber sicher uns auch den Fokus auf Felicity setzen. Denn sie ist unser Main-Character für die nächste Challenge. Und sie haben mir noch gar nicht so wirklich viel beachtet. Ich versuche diesen Part auch schon ein bisschen mit ihr zu spielen. Also, dass wir ein bisschen mehr Charakter von ihr rauskriegen. Und wie gesagt, wir starten eh bald in ihre Geschichte. Und dann wird sie ja den vollen Fokus von uns bekommen. Wow. Okay. Dann wünsche ich uns allen ganz viel Spaß mit diesem Video. Reiz, reiz. Let's go. Hier sind die Jungs und warten auf Mom, die gleich kommen wird und schimpfen wird. Und die quatschen jetzt hier noch ein bisschen miteinander. Boah, ey. Das ist so eklig, dieser Alkohol. Ich trinke nie wieder irgendwas. Das ist ja eklig. Oh, jetzt stell dich mal nicht so an. Also, Florian, das ist ja... Finn, also es ist ja wirklich... Du bist ja voll die Memme, ey. Ach, guck mal, da kommt... Ach, ist mir schlecht, ey. Da kommt Felix. Felix, setz dich. Die Mama kommt jetzt. Die Mama kommt und dann kriegst du Ärger, Felix. Ich? Wieso sollte ich Ärger kriegen? Du kriegst Ärger, Florian. Nee, ich krieg keine Ärger, weil du bist der Ältere. Du hast es zu verantworten. Das stimmt überhaupt nicht. Mom weiß, dass ich keinen Alkohol trinken würde. Alter, du hast eine Fahne bis nach Mexiko. Ich riech das doch. Mom, kommst du jetzt bitte unterbinde das mal bitte hier. Mara hier hinbringen. Jetzt gibt's Ärger, du. Jetzt gibt's Ärger. Die Mama ist sauer. Jungs, Mensch, ich bin so enttäuscht von euch. Was soll das denn? Habt ihr einfach die Zeit vergessen? Es ist 0.30 Uhr. Mom, chill mal eine Runde. Es war überhaupt nicht so, wie du denkst. Es ist ja... Felix ist schuld außerdem. Felix? Warte mal. Florian, hast du Alkohol getrunken? Nee. Mom, würde ich nicht. Würde ich nicht machen. Niemals. Boah. Ihh, Alkohol. Nee, boah, mir ist so schlecht. Florian, du bist total betrunken. Mom, nee, Quatsch. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Habt die anderen auch was getrunken? Wo ist Caroline? Caroline wurde schon von ihrer Mom abgeholt, Mom. Felix, warum hast du denn nicht besser aufgepasst? Siehst du, Bro, ich hab dir gesagt, du musst auf uns aufpassen. Selbst schuld. Mom, er hat nicht auf mich gehört. Ich... Boah. Hast du auch was getrunken, Felix? Und Finn, du auch? Mom, ich hab nur was probiert. Wirklich. Ich schwör. Ich auch. Ich hab auch nur probiert. Jungs, ich bin so enttäuscht von euch. Packt jetzt eure Taschen, komm... Oder Sachen. Holt eure Jacken, wir gehen. Mom, jetzt heul doch nicht so rum. Ich heul rum. Du kommst jetzt mit, Florian. Come on. Ich... Ich... Ich glaub, ich spinne. Das werd ich eurem Vater erzählen. Immer schön mit Papa drohen, ey. Kommt mit jetzt. Wir gehen nach Hause. Ich bin so enttäuscht. So enttäuscht ist die Mara, Leute. Mara, wir gehen nach Hause. Hier geht's lang. Die Mara hat sich auch im Cocktail und ich, glaub ich, spinne. Ich glaube, dass wenn wir eine Verabredung haben oder ein Gruppenevent, dass tatsächlich keine Servicekräfte kommen, das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Wahrscheinlich ist das so, ne? Dass wenn man ein gesellschaftliches Ereignis plant, dass dann kein Personal in die Locations kommt. Mhm. Interesting. So, und die Jungs können ja jetzt eigentlich nicht ins Bett, weil die noch die Kinder betten. Wobei, ich glaub, man kann trotzdem da drin schlafen, ne? Ja. Aber... Ich überleg, ob ich das jetzt gleich mach. Ne, ich mach's später. Der ist total betrunken. Ich lass ihn auch schlafen. Ich lass jetzt alle Kinder mal schlafen. Boah. Wolfshirn. Dieses Sim haben Probleme mit intellektuellen und logischen Gedankengänge, da ihr Wolfshirn sich ständig zu Wort meldet. Ja. Das ist ein bisschen passend auch. Ich will nicht sagen, dass Florian ein bisschen dumm ist. Nee. Aber er braucht Hilfe beim Denken manchmal. Okay, cool. So, die Girls gehen bitte auch schlafen. Es ist spät. Wir tun so, als wären alle schon im Bett gelegen, ne? Das ist Felicity, oder? Ne, das ist Daniela. Felicity ab in die Bubu. Und Daniela du natürlich auch. Come on. Bonny, ab ins Bett. Moritz, ab ins Bett. So, Mara und Jonas sind noch wach. Ich bin so sauer auf die Jungs, Schatz. Ja, das ist echt nicht cool, oder? Das ist überhaupt nicht cool. Sie können doch kein Alkohol trinken. Naja, hast du nie... Nein! Mara. Nein, ich hab nie Alkohol getrunken. Meine Kinder sind so verkommen. Das kann doch nicht sein. Ach, Quatsch. Ja, okay, vielleicht war das ein bisschen hart. Aber ich mein, guck dir sie an. Was... Sie geraten uns aus dem Ruder. Naja, es sind Teenager und dazu auch noch drei. Das ist nicht so einfach, die zu bändigen. Du redest morgen mit ihm, okay? Ja, kann ich machen. Florian ist so aufgebracht. Du, Schatz, ich glaube wirklich, dass sein Wolfsgehen da durchkommt. Ich glaube, dass es ausgebrochen ist, ohne dass wir da hätten Einfluss nehmen können. Ja, ich glaube das auch. Ich hatte eben auch das Gefühl, dass er ein bisschen wirres Zeug redet. Er ist betrunken. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Aber auch die Tage davor. Ich meine, wir steuern langsam auf Vollmond zu. Wir sollten es ihm bald sagen. Denkst du nicht? Ich weiß nicht. Ich hab so Angst. Was, wenn er... Oh mein Gott, ist morgen Vollmond? Nee, so schnell kann ich nicht spielen, Leute. Wir sollten wirklich mit ihm reden. Übermorgen ist Vollmond. Also es ist ja jetzt zwei Uhr, aber sie sind ja noch am... Naja, ihr wisst schon, ne? Und es ist echt nicht cool, ihm das vorzuenthalten. Ja, stimmt schon. Aber was soll er denn machen, wenn er es weiß? Wir haben gesagt, wir wollen den Kindern eine Wahl geben. Er soll sich selbst entscheiden. Ich hab... Ich hab die Tage einiges recherchiert im Internet über Wölfe. Ich wollte mich da ein bisschen informieren. Ich weiß jetzt Bescheid. Sie... Sie können das nicht unterdrücken. Er wird es nicht unterdrücken können, Mara. Oh Mann, Dad lebt nicht mehr. Ich kann ihn nicht mehr fragen. Aber dein Großvater lebt noch, oder? Mein Großvater? Ja, schon. Wieso lebt der eigentlich noch? Ach, er hat so ein... Es ist so ein Wolfsding. Er hat so ein Unsterblichkeitsding gemacht. Keine Ahnung. Weil er irgendwie der Alpha-Wolf war. Was weiß denn ich? Aber ich will ihn nicht fragen. Er ist total gefährlich. Und er war nie nett zu uns. Als er erfahren hat, dass Moritz kein Wolf ist, ist er so sauer geworden. Naja, äh, was ist jetzt... Wie geht's jetzt weiter? Keine Ahnung. Ist hier eigentlich noch schlummernder Wolf? Ich seh's jetzt gar nicht, ne? Ich geh jetzt schlafen. Ja, ich auch. Aber wir sollten uns wirklich Gedanken machen. Ich glaub, es geht ihm nicht so gut. Ja, du hast da schon recht. Vielleicht, ich mein, morgen ist Sonntag. Er muss eh nicht in die Schule. Dann können wir vielleicht mit ihm reden. Vielleicht können wir bei deren Fenster dann dieses Ausstiegsfenster machen. Weißt du, wo die Kinder abhauen können, die Jugendlichen. Das wär cool. Wo sie sich rausschleichen können. Schlaf doch jetzt. Los. So, Jonas ist wie immer als erster wach und er macht erst mal Frühstück für die Familie. Mh, Spinatfriedhatter gibt's heute. Und, ähm, oh mein Gott, Jonas wacht, äh, Moritz wacht auf und ist komplett kokett. Hey, Bonn, aufstehen, Schatz. Sie müssen... Oh, es ist doch Sonntag. Ja, aber wir haben heute viel vor und... Naja, ich dachte, wir könnten vielleicht den ruhigen Morgen noch ein bisschen nutzen. Oh, du meinst... Ja, ich verstehe. Bitte einfach im Bett. So, Daniela ist auch schon wach. Perfekt, die kümmert sich ein bisschen um sich. Danach kannst du pieseln gehen. Finn kommt total verkatert jetzt runter und Felix auch. Und er hier schläft noch und ist super aggressiv und angespannt und Mara hat jetzt eine Idee. Jungs, ich hab Frühstück gemacht. Oh, Mom, ich fühl mich gar nicht gut. Ja, Finn, da kannst du dir mal, äh, gut überlegen, warum. Oh, ich hab so Kopfschmerzen. Das ist furchtbar. Das ist kaum auszuhalten. Ja, Florian, wundert mich auch nicht, oder? Oh, Mom, sei doch nicht so gemein. Ich bin nicht gemein. Ihr habt gegen eine Regel verstoßen. Einmal durftet ihr Party machen und ihr macht sowas. Ihr habt es so ausgenutzt. Ich bin so sauer auf euch. Hey, Moritz, wir müssen mal reden. Na, die Jungs haben ganz schön über die Stränge geschlagen, oder? Bist du sehr sauer? Natürlich bin ich sauer. Was denkst du denn? Aber was anderes. Ähm, Florian macht uns Sorgen. Warum? Naja, ich hab dir doch mal erzählt, dass ich den Verdacht hab, dass er vielleicht das Werwolf-Gen hat. Ja? Er hat es, ich bin mir sehr sicher. Und morgen ist Vollmond. Oh, okay, ja, verstehe. Ähm, was sollen wir tun? Naja, ich möchte mit ihm reden, aber ich weiß nicht wie und ich dachte mir, vielleicht können wir noch eine Mondperiode warten. Du weißt doch, damals bei Dad, das ist auch nicht jeden Mond passiert. Jaja, und die erste Verwandlung ist sowieso selten, dass das passiert. Meinst du, du kannst mit ihm reden, dass wir vielleicht seine Aggression ein bisschen runterschrauben? Wie denn? Mit Sport. Du machst so viel Sport. Vielleicht kannst du ihn mal mitnehmen. Ja, ja, gute Idee, das mach ich. Ich geh direkt mit ihm trainieren. Ja, vielleicht kann er seine angestaute Wut rauslassen. Aber Mara, ich glaub, du solltest vor dem Vollmond mit ihm sprechen. Ich glaub, das ist keine gute Idee. Was flüstert ihr denn da, Mom? Fynn, alles gut, Schatz. Ich muss mit dem Onkel Moritz mal kurz was besprechen. Wegen unserem eskalierenden Feiern. Nein, es geht nicht um euch. Nicht direkt zumindest. Also, Moritz, kannst du mit ihm arbeiten? Ja, natürlich, klar, ich kümmere mich um ihn. Wo ist er denn? Dann, ähm, frage ich ihn jetzt gleich, wenn ich mal mit mir Sport machen will, ja? Ja, bitte, das wär mir echt ne Hilfe. Jaja, klar. Äh, yo, Florian. Ja, ähm, ich weiß, was gegen Kater hilft. Was denn? Schlafen? Nee, und zwar Sport. Boah, gar kein Bock, Onkel Moritz. Nee, ey, gar kein Bock. Doch, doch, komm mal mit rüber. Wir gehen mal ne Runde trainieren. Oh, Florian, bist du ein Schwächling? Äh, nein, Onkel Moritz, bin ich nicht. Na, dann komm, wir trainieren ne Runde. Moritz, das ist nicht nett von dir. Ach komm, es hat doch geklappt. Und was genau mache ich jetzt hier? So, du gehst jetzt erstmal aufs Laufband und ich geh Gewichte stemmen. Danach tauschen wir, okay? Oh, ich weiß nicht, das wirkt so anstrengend. Oh, guck mal, ich kann gar nicht richtig draufbleiben. Oh, das macht ihm Spaß. Aber ich glaube, das lindert seine Wut nicht, oder? Weißt du, Onkel Moritz, ich bin, oh, es ist anstrengend. Ich bin so sauer momentan. Auf alles und jeden. Ja, das kenne ich, Bro, das ist schwierig, ne? Also gerade jetzt in deinem Alter, die ganzen Hormone und so. Weißt du, ich weiß manchmal nicht mehr, wer ich bin. Vielleicht sollte ich mal zum Arzt. Ich glaube, dir wird kein Arzt helfen. Warum? Was meinst du? Nein, einfach nur, weil ich glaube, das ist die Pubertät. Weißt du, da passiert jetzt einfach viel mit deinem Körper und Sport ist schon mal eine gute Methode. Meinst du wirklich? Ja, 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 Sport wird dir helfen. Auf jeden Fall. Komm, jetzt, äh, lauf mal richtig los. Daddy, das Essen ist so lecker. Oder, Daniela? Ich habe mir richtig Mühe gemacht. Ich habe mir schon gedacht, dass dir das schmeckt. Ja, das ist super lecker, Dankeschön. Ja, Dad, ich merke auch, du hast Basilikum reingemacht, oder? Sehr lecker. Ja, Basilikum, genau. Hi, Jungs. Hallo, ihr Lieben. Oh mein Gott, ihr seht immer noch total betrunken aus. Habt ihr euch noch nicht ausgenüchtert? Nee. Oh mein Gott. Jonas, das ist ja wirklich schlimm mit deinen Jungs. Also, ich habe nicht so viel getrunken. Ja, Felix, das ist auch gut so. Felix, der Vernünftige, wisst ihr? Ich schreibe mal Bonnie, beziehungsweise ich rufe sie mal kurz an. Wir hatten, äh, Caroline, wir hatten gestern, ähm, ja, so ein bisschen ein Gespräch. Es wurde auch in die Kommentare geschrieben, dass das Baumhaus weg ist. Es steht hinterm Haus, meine Lieben. Ich habe es ein bisschen umgesiedelt. Er geht jetzt mal zu seinem Pferd. Oh, ich kann ihn ausreiten lassen. Ihm ist echt übel. Ah, er ist wählerisch beim Essen. Gut. Oh, das hat dich umgeschmissen. Oh Mann, ich wollte nur eine Runde reiten. Aber ich verstehe natürlich, Krümel, dass du keine Lust hast. Das ist schon in Ordnung. Du musst, musst nicht. Ich wollte eh nochmal Caroline anrufen. Alles okay. Krümel fand es nicht so cool. Oh, die Beziehung ist voll runtergegangen. Hey, Caroline, ich bin's. Ich wollte nochmal nachhören wegen gestern Abend. Ey, das tut mir so leid. und dass Florian versucht hat, dich zu küssen. Das ist super blöd. Ja, ich weiß gar nicht, was in ihn gefahren ist. Er war so wütend und ich habe ihn gar nicht verstanden. Was war denn mit ihm? Ich kenne ihn so gar nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Momentan ist er wirklich unberechenbar. Er ist so anders. Er hat sich total verändert. Ich weiß es auch nicht. Ja, total. Aber, naja, ich bin ja nicht sauer oder so. Aber ich möchte ihm erst mal ein bisschen aus dem Weg gehen. Ja, ja, das verstehe ich. Wollen wir uns vielleicht sehen? Heute nicht. Heute ist viel zu tun. Aber morgen vielleicht, ja? Ja, okay. Hey, Felix, na? Hey, Dad. Hast du mit Caroline gesprochen? Was war denn los? Du siehst bedrückt aus. Naja, es war da so ein kleiner Vorfall. Aber ist schon okay, Dad. Ich will keine Petze sein. Ich hatte auf jeden Fall eine Diskussion und Florian und naja. Oh, steht ihr da so ein bisschen zwischen den Stühlen oder was? Nein, das ist es nicht. Ach, ist es egal, Dad. Ich mag jetzt echt nicht drüber reden. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Naja, gut, okay. Und wieso hast du so viel Alkohol getrunken? Wie? Wieso ich Alkohol getrunken habe? Weil ich cool bin? Ähm, okay. Ja, und jetzt lass mich meine Spinatfrittata essen. Ich habe jetzt den ganzen Morgen Sport gemacht mit Onkel Moritz. Ich bin total geschafft, ey. Ja, mach doch. Ist doch in Ordnung. Ich gehe mal zu Felicity rüber. Ja, mach. Oh nein, unser Woofie Nader ist krank. Aber wir haben Hundeleckerlis. Kein Problem. Ich gebe dir was. Murphy, du bist krank. Oh Gott, und Mara ist auch krank. Schwindelmigräne. Übelkeit. Oh nein, die arme Maus. Florian, ich muss mich ein bisschen hinlegen. Ich habe total die Migräne, ja? Ja, mach doch mal. Gute Besserung. Ja, danke dir, Liebling. Wegen euren Zimmern. Ähm, die Handwerker kommen gleich und machen eure Zimmer, ja? Oh ja, cool. Endlich ein gescheites Bett. Ja, es wird Zeit, dass ihr eure Jugendbetten kriegt. Obwohl es eigentlich nach dem, was ihr verzapft habt, nicht verdient habt. Mom. Nein, ist so. Aber ich möchte nicht, dass, ähm, na, das ungerecht ist. Deswegen kriegt ihr jetzt beide euer Zimmer. So, meine Lieben. Und, äh, die beiden kriegen jetzt ein neues Zimmer. Ich werde mich mal kümmern. Ich werde mir jetzt aber auch erstmal, das ist nochmal von Highschooljahre anschauen, dieses Fenster, das es da gibt. Das Fluchtfenster. Wieso kann ich das jetzt nicht platzieren? Gameplay-Objekt funktioniert nicht. Warum? Hier schon oder was? Im Dach drin schon. Das ist doch blöd. Aber das ist auch neu, dass das angezeigt wird, oder? Das wurde doch vorher nicht angezeigt. Aber ich kann doch da keine. Ah, warte mal, vielleicht muss ich erst diese Leiter hinmachen. Die Fluchtleiter. Und dann das Fenster. Nee. Ja, ich glaube, wir müssen den Jungs eh ein bisschen ein größeres Zimmer machen. Das ist ein bisschen klein. Vor allem, weil sie sich ja auch ein Zimmer teilen, ne? Ob ich denen jetzt hier ein Balkönchen hinmachen soll? Einen kleinen vielleicht, ha? Geht's denn dann? Ja! Oh, cool. Okay. So funktioniert es also. Na gut. Dann mache ich da jetzt Holzbalken dran. Die gehen ja nicht davon aus, dass unsere Jungs ausreißen wollen. Ne? Deswegen machen wir jetzt da auch einen Balkon. Na, der sieht doch richtig schön aus. Okay. Jetzt mache ich aber diese, diese Fluchtleiter noch dran. Gucken, wie das funktioniert. Ich habe das echt noch nie gespielt, dass die geflohen sind, ne? Ich weiß echt nicht, wie das funktioniert. Wahrscheinlich so, gell? Könnte ich mir vorstellen. Naja, wir lassen es mal so und müssen es dann halt ausprobieren. Jetzt haben die Jungs leider nur ein Fenster im Zimmer. Das geht natürlich nicht. Das können wir nicht lassen. Es lag dunkel. Okay, dann mache ich jetzt mal das Zimmer umstyling und dann sehen wir uns gleich wieder. Hä, Leute, aber ich verstehe es überhaupt nicht, weil ich mache doch keinen Balkon, um ein Fenster hin zu installieren, oder? Also, da kann ich auch gleich eine Türe hin machen und die können über die Türe, wisst ihr? Ah, egal. Ne, mache ich weiter. Ich mache weiter. Ich frage mich jetzt nicht, warum das so komisch ist. Wir machen weiter. Boden! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, das hat jetzt natürlich ein bisschen seine Zeit gekostet, aber ich muss sagen, mir gefallen die Zimmer sehr gut. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ich bei allen drei Kindern ein Doppelbett genommen habe. Ich finde irgendwie, wenn man so Teenager im Teenageralter ist, so 15, 16, dann finde ich es schon cool, ein größeres Bett zu haben, wenn man die Möglichkeit natürlich hat, vom Raum her und vom Budget natürlich auch her. Aber es ist ja leider so, dass bei Sims keine Teenager-Betten da sind. Also es gibt ja nur schmale Betten, die 90er und die 180er. Aber es gibt ja bei uns, also bei uns zu kaufen, auch 150er oder 140er oder 160er Betten. Und das finde ich halt ziemlich cool, aber das gibt es in Sims halt nicht. Zumindest habe ich davon nicht so viel CC. Ich habe, glaube ich, nur ein Bett, das ein bisschen größer ist und das kann ich nicht jedes Mal nehmen. Deswegen kriegen meine Teenager halt doch öfter mal ein Doppelbett. Ich finde es jetzt aber auch richtig schön. Und wir warten jetzt mal, dass es Nacht, beziehungsweise können wir es sogar versuchen. Ne, das kann man nur schließen. Naja, ich weiß ja auch nicht, ne? So, was geht jetzt hier? Ah ja, die beiden. Was hast du mit Moritz gemacht? Ich habe Sport gemacht. Ah, guck mal, ich habe auch ein richtig lustiges Video gesehen. Ja, Bro, ich habe jetzt keine Zeit, mir Videos anzuschauen. Mir geht es nicht gut. Ich will jetzt eine Runde raus. Keine Ahnung. Ja, soll ich mitgehen? Ne, ich will alleine gehen. Lass mich alleine gehen. Okay, äh, was machst du draußen? Sport oder so? Keine Ahnung. Wie weit ist er? Oh Gott, Leute. Ich lasse ihn jetzt mal joggen gehen. Äh, Florian, alles okay? Ja, Dad, lass mich in Ruhe. Ich will meine Ruhe haben. Ich lasse mich alle in Ruhe. Florian, nein, lass mich in Ruhe. Ah, in meinem Kopf. Es ist so laut und ich habe so unbändigen Hunger. Das kann doch nicht sein. Boah, irgendwas stimmt mit mir nicht. Irgendwas stimmt nicht. Und jetzt joggt er einfach mal drauf los und überlegt, was mit ihm los ist. Er macht sich große Gedanken, weil er merkt, dass etwas nicht stimmt. Aber er hat auch das Gefühl, dass er mit niemandem reden kann, weil ihn halt auch niemand versteht, ne? Ach man, Florian, du armer Hase, ne? Oh, Daniela hat Level 7 der Kletterfähigkeit erreicht. Apropos, Pfadfinderding beginnt in einer Stunde. Ich glaube, das schwänzt Florian. Felicity, meine Maus, wir haben mit dir noch gar nicht geredet heute. Lass mich mal gucken. Felicity würde ich nämlich auch ein bisschen Motorik üben lassen. Sie hat Level 4 der Motorikfähigkeit. Aber ich würde mich freuen, wenn wir mit ihr dann zur Polizei gehen, dass sie dann eine höhere Motorikfähigkeit hat. Deswegen lasse ich sie jetzt einfach mal ein bisschen auf dem Klettergerüst spielen. Wir beobachten weiterhin Florian, der immer noch am Wutjoggen ist. Vielleicht heult er jetzt auch mal. Heul mal, wie ein Wolf. Einmal darf sie. Oh mein Gott, was war das? Es kam einfach aus mir raus und... Oh mein Gott, da heult ein Wolf. Habe ich das gerade gemacht? Habe ich gerade geheult wie ein Wolf? Oh mein Gott, ich glaube, ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Ich werde wirklich verrückt. Das kann doch nicht sein. Ich bin doch kein... Was war das? Ich verstehe das nicht. Und jetzt geht er hier mal zu dem Baum und setzt sich hier hin. Er ist total verwirrt und weiß überhaupt nicht, was mit ihm los ist. Nee, du gehst heute nicht zu den Pfadfindern. Und ich ziehe dir auch ein anderes Outfit an und denke darüber nach, was in seinem Leben gerade passiert. Und wie gesagt, er ist total verwirrt und er ist auch ein bisschen verzweifelt gerade, weil in seinem Kopf so viele komische Sachen stattfinden. Oh mein armer Schatz, ey. Das tut mir so leid für ihn. Ich lasse ihn mal hier noch ein bisschen rumstreunern. Wie kommt da irgendwie gerade ein Gedanke? Oh mein Gott, Caroline wollte gerade zu uns nach Hause. Nee, was? Preis erhöhen. Ja. Sorry, Leute, ich habe jetzt irgendwas angeklickt. Aber das passt jetzt auch nicht in die Story. Ich wollte nämlich, dass Caroline hier hinkommt. Da muss ich jetzt kurz mithelfen. Entschuldigung. Florian, was machst du denn hier? Caroline, hi, du. Oh. Hi. Caroline, ähm. Ich glaube, wir sollten reden, Florian. Äh, ja. Ja. Ja, doch, doch. Wir sollten auf jeden Fall reden. Doch, ja, ja. Was war das im Club? Was sollte das denn? Ich weiß nicht. Was meinst du denn? Florian, du hast mich geküsst und ich wollte es nicht. Du hast mich dazu gedrängt. Ja, das. Ach so. Ah, du. Schnee von gestern. Nein, das ist nicht Schnee von gestern. Florian, du, 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 du hast dich dem einfach widersetzt. Ich habe gesagt, ich möchte das nicht. Ja, sorry, ich. Was ist denn los mit dir, Florian? So kenne ich dich überhaupt nicht. Du kennst mich gar nicht. Du kennst mich überhaupt nicht. Das stimmt nicht, Florian. Ich kenne dich. Ich kenne dich unser Leben lang schon. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Natürlich. Irgendwas ist mit dir. Du bist in den letzten Monaten so sauer. Und das im Club. Wieso hast du dich denn nicht bei mir entschuldigt? Keine Ahnung. Weil ich, ich bin wütend. Weißt du, ich bin so, so wütend. Auf wen denn? Auf, auf, auf mich selbst. Aber das ist doch nicht gut. Nein, natürlich ist es nicht gut. Du brauchst jetzt auch nicht schreien. Ja, sorry. Was läuft da eigentlich zwischen dir und Felix? Nichts? Was sollte da laufen? Naja, ich sehe doch, wie ihr euch anguckt. Da läuft doch was. Da läuft nichts. Und selbst wenn. Florian, das ist jetzt hier ganz egal. Ich möchte wissen, was mit dir los ist. Brauchst du Hilfe? Brauchst du irgendwas? Nein, ich brauche doch keine Hilfe. Bist du verrückt? Sehe ich so aus wie ein Psycho oder was? Hast du Angst vor mir? Bin ich ein Psycho? Bist du nicht? Ich habe keine Angst vor dir. Aber irgendwas stimmt nicht. Und du solltest mit irgendjemandem darüber reden. Ich, ich, ich sehe da so eine... Ach, egal. Was? Was siehst du? Was siehst du denn? Sag es mir. Nein, es ist schon egal. Es ist Schwachsinn. Vergiss es. Caroline, sag mir, was du siehst. Ach. Du lachst mich eh nur aus und hältst mich für bescheuert. Jetzt red doch. Was ist denn? Naja, ich, 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 ich glaube, ich bin da ein bisschen feinfühliger, was Menschen angeht. Aha. Ja, und bei dir, dich umgibt so eine Aura. Was denn für eine Aura? Igitt, was ist das? Naja, ich, anfangs war deine Aura immer ein bisschen gräulich. Naja, so ein bisschen grau, manchmal auch leicht rosa, wenn du wütend warst. Aber du warst nie so wie jetzt. Und wie bin ich jetzt? Du bist auf der einen Seite tief dunkel und auf der anderen dunkelrot. Ich, das ist so eine Mischung aus schwarz und dunkelrot. Ich weiß es nicht, aber das habe ich bisher noch nie bei einem Menschen gesehen. Gut, letztens im Club, da war auch jemand, der hatte so eine Aura. Aber das ist bei dir so anders als bei deinen Geschwistern oder deiner Familie oder anderen Menschen. Ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Wer hatte das denn auch? Ach, dieses eine Mädchen da im Club. Welches Mädchen denn? Ach, diese mit den blauen Haaren. Ich weiß nicht, wie sie hieß. Ich weiß, wen du meinst. Ja, ja, Rita oder so hieß die. Oder Rory oder so. Vielleicht auch Rita, keine Ahnung. Die hatte das auch? Ja, aber das kann ein Zufall sein. Ich meine, ich bin ja nicht begabt oder so. Ich weiß nicht mal, warum ich das überhaupt sehen kann. Das ist total lächerlich. Sicher ist es nichts. Und was, wenn doch? Nein, das ist bestimmt nichts. Ich will dir keine Angst machen. Aber ich würde mir wünschen, dass du mal mit irgendjemandem sprichst. Vielleicht mit einem Arzt oder so. Ich bin doch kein Psycho. Ich muss doch nicht zu so einem Psychodoktor. Leute, nicht beleidigend gemeint. Für jeden, der zu einem Psychologen geht oder zur Therapie. Ich finde das sehr großartig, dass ihr Therapie macht. Oder du Therapie machst, wenn du das gerade hörst. Es ist aber Florian, der das sagt, okay? Nicht ich, dass ich das immer dazu sage. Es tut mir auch leid, dass ich mich immer rechtfertige. Aber ich habe immer Angst, dass das irgendjemand falsch aufnimmt. Weil ich will ja niemanden beleidigen. Okay, tschüss. Weiter geht's. Ähm, ja, schlimm. Ich muss jetzt auch los. Und versprich mir einfach, dass du dir Hilfe suchst. Und red mit niemandem darüber, dass ich das sehen kann. Was siehst du denn bei Finn? Naja, bei Finn ist es hellgrün meistens. Manchmal auch ein bisschen dunkelgrün. Aber in der Regel ist es hellgrün. Okay, und bei Felix? Ach, egal. Ist doch egal jetzt. Was siehst du bei Felix? Sag's mir. Da ist es manchmal Rosa. Rosa? Er ist so eine Pussy, er ist unglaublich. Das war ihm Rosa, das war klar. Du weißt doch gar nicht, was das bedeutet. Naja, ich mein, Rosa sagt doch alles, oder? Ich hab schon immer gewusst, dass er vielleicht auf Männer steht. Das hat doch... Ach, du bist echt... Es ist echt Klischee, ne? Was er da sagt. Es ist echt nicht so. Es ist eher romantisch. Romantisch? Ja, ach, du, ich möchte jetzt mit dir da gar nicht mehr drüber reden. Ich muss jetzt los. Okay, danke Caroline. Wofür? Naja, dass du mir sagst, dass was mit mir nicht stimmt und dass ich vielleicht Hilfe brauche. Ich glaube, ich brauche wirklich Hilfe. Ja, aber bitte sag niemandem, dass ich das sehen kann. Ich habe Angst, dass man mich für verrückt hält. Aber warum hast du es mir gesagt? Naja, ich mag dich, Florian. Du bist... Du bist, seit wir Kinder sind, mein Freund. Und ich will, dass es dir gut geht. Also magst du mich doch. Du stehst auf mich. Ich wusste es, dass du auf mich stehst. Florian, wirklich nicht romantisch. Einfach freundschaftlich. Du bist... Du bist wie ein Bruder für mich. Oh, wow. Okay. Oh. Wow. Und ich will halt, dass es dir gut geht. Und... Also pass auf dich auf, ja? Ja. Ja, ja. Ist schon okay. Mach ich. Und ich werde jetzt nach dem Gespräch die Beziehung zwischen den beiden wieder ein bisschen hochcheaten. Weil sie haben sich ausgesprochen. Und, ähm, da war ja jetzt auch gerade eine ganz gute Freundschaft da. Und das kann ich jetzt nicht, indem ich die ganze Zeit Aktionen durchführe. Das mache ich uns jetzt allen einfacher, indem ich, wie gesagt, das einfach hochmache. Und sie geht jetzt. Und er geht jetzt auch nach Hause. Und denkt jetzt drüber nach, was sie gesagt hat. Und er hat ja das Gefühl, dass seine Mom schon ein paar Mal getuschelt hat. Vielleicht wird er jetzt das Gespräch mit ihr suchen. Und er geht jetzt nach Hause und sagt sich selbst, ich muss mit Mom reden. Ich glaube, sie weiß, was mit mir nicht stimmt. Sie tuschelt immer mit Dad. Und mit Moritz auch. Ich, ich werde einfach mit ihr reden. Und an der Stelle werde ich den Part beenden, meine Lieben. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Wie ihr den Part jetzt gefunden habt. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ich freue mich unglaublich auf den nächsten Part. Da werde ich die Bombe platzen lassen. Und werde das auch spielen, dass wir jetzt mit ihm weitermachen. Ihr hattet mir sehr tolle Vorschläge dazu geschrieben, wie es für ihn weitergeht. Zum Beispiel, dass er vielleicht bei Rory Hilfe sucht und seine Wurzeln erfahren will. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass er ein Sim ist, der sehr gerne dieses Wolfsleben führen will. Moritz damals hätte es auch gern gemacht. Es ging ja bei ihm nicht. Mara wollte es auf gar keinen Fall. Und der Vater von Mara, also Max, wollte ja auch auf gar keinen Fall Wolf sein. Und ich glaube, dass der erste Wolf in der Generation ist, nach unserem Opa praktisch, der gerne Wolf ist. Und ich glaube, er will zu Christoph und Rory und seine Wurzeln erfahren. Und das werden wir nicht so wirklich spielen, weil dafür haben wir eigentlich nicht viel Zeit. Wir sind ja mit Felicity eigentlich dabei. Und ihr wisst, wie ungern ich okkulte spiele. Aber wir werden da eine tolle Geschichte drum bilden, dass er dann da hingeht und dann dort leben kann. Ich glaube, das ist eine schöne Idee von euch gewesen. Und das möchte ich gern umsetzen. Vielen Dank an alle, die diesen Part geschaut haben. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht macht. Und da würde ich mich sehr freuen. Auf Wiedersehen, ihr Lieben. Bis zum nächsten Part. Macht's gut und tschüssli. Bye.